Sonntag. Sternenzeit irgendwas. Das Wetter ist fantastisch. Mein Computer ist so alt, der will gar nicht, dass ich was schreibe. Das Telefon ist so neu, da dachte ich, probiere ich mal die Videofunktion und zeige einfach mal ein Buch, das mir gefällt. Welches nehme ich denn? Hier gibt es ja mehrere blaue, hauptsächlich, aber die sind das, was ich so wissen. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere. Eine großartige Ordnung in diesem hier. Da ist es. Voila, herrliches Buch. Muss ich euch zeigen, manche kennen es ja vielleicht, aber ich glaube, viel zu weniger. Ralf Piaud ist der Herausgeber. Fußballtage im Westen. Die Oberliga West im Bild. Fotos von Kurt Müller hauptsächlich, der ja auch Karikaturen gemacht hat. Grandiose Bilder. Also, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt so zeigen darf. In gewisser Weise dient es ja einem guten Zweck. Hier habt ihr das ganze Buch gesehen. E-Book. So. Naja, jedenfalls fast. Was ist drin? Texte zu den Fotos. Und die sind natürlich Hauptdarsteller in diesem Buch. Und in dem Buch gibt es alles die größten Helden, die besten Vereine. Vielleicht auch Vereine, die man nicht mag. Hier mal die Kategorie Held. Unverkennbar. Hier hinten. Eigentlich war der, glaube ich, gar nicht Fan von Schalke. Hatte aber überall solche Hemmchen an. Man staune. Uhlenkrug. Hafenstraße. Das sind nicht die Lottozahlen. Das ist Totomat. Wer immer auch. Huch. Kein Science-Fickchen. Ein Schalter als Trainer. Da ist alles möglich. Wie man sieht, fantastische Bilder. Lesenswerte Texte dazu. Das muss irgendein Verwandter von Willi sein. Ich kann das Buch nur empfehlen. Und das tue ich Ihnen auch. Klartext Verlag. Fußballtage im Westen. Ralf Pjörr. Sollte man gelesen haben. Und, vielleicht habe ich ja noch ein paar Sekunden. Dann mache ich noch Product Placement. Hier. Stefan Bartha. Mein Parkstadion. Fantastisches Buch. Oder. Hätte ich doch was anderes, was man unbedingt mal kurz zeigen müsste. Das ist so ziemlich das Gegenstück von eben. Da gibt es aber auch noch andere. Die in die Kategorie fallen. Die zeige ich jetzt mal nicht. Man staunt ja selbst. Auch das hier ist kein Science-Fickchen. Aber lesen kann man ja viel. Vielleicht erinnere ich einfach nochmal zum Ende an das, um was es eigentlich ging. Fußballtage im Westen. Ralf Pjörr. Lesen. Fußballtage im Westen. Ralf Pjörr. Lesen. 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 Ralf Pj